Herzlich Willkommen, ihr State of Survival interessiert. Nach einer kurzen Zwangspause bin ich jetzt langsam wieder am Start. Ich möchte euch heute einen kurzen Aha-Moment mitgeben, den ich hatte, als ich mir ein paar Kampfberichte mal ein bisschen genauer angeguckt habe. Und zwar geht es um den Affen, um das Ungeheuer, den Belémoth. Und zwar um die Skillung. Ihr seht hier meinen Free-to-Play-Affen, soweit bin ich aktuell bekommen. Und wir schauen mal hier in die Skillung rein, denn ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch auch anders geskillt hat, beziehungsweise so wie ich, weil es im ersten Moment logisch erscheint. Es aber zwei oder drei sehr wichtige Skills gibt, auf die ihr euch als erstes fokussieren müsst und was ich jetzt auch machen muss. Worum es sich genau handelt, schauen wir uns jetzt in dem Video an. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse. Los geht's, viel Spaß. Schauen wir uns die Ausgangslage bei mir nochmal an. Wenn ihr mit dem Affen anfangt, der freigeschaltet wird, geht ihr erstmal in die Hauptfähigkeiten. Hier die Artilleriebeschuss habe ich schon auf 20 und alle fünf Stufen gibt es nochmal extra Stats dazu. Wie hier zum Beispiel Truppentödlichkeit. Hier die Rakete habe ich jetzt auf 18, da fehlen auch zwei. Da braucht man schon ordentlich von den Batterien. Und auch ab Stufe 20 gibt es nochmal ein paar extra Stats. Dann war meine Idee, wie viele von euch wahrscheinlich auch gedacht haben, hey, bei diesen kleineren, die kann man recht schnell hochleveln. Hier die zum Beispiel habe ich schon auf 20, weil ich dachte, ja, Infanterieschaden ist ganz gut, wenn man den ein bisschen hochpusht und nochmal ein paar extra Stats dazu. Und hier die Fahrer habe ich jetzt auch schon auf 10, weil ihr seht schon, da braucht man nicht so viele Batterien. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt in den Kampfberichten, die ich mir angeguckt habe, machen wir gleich auch nochmal, warum stirbt mein Affe so schnell? Und da habe ich mir nochmal ein bisschen genauer angeguckt, was sind eigentlich diese Skills hier hinten? Vor allem dieser ist sehr wichtig. Was macht er? Na ja, lesen wir uns das mal durch. Visiert feindliche Ungeheuer an und erhöht den Schaden, den sie durch die Rakete erleiden um 100%. Es geht bis 250 hoch. Der erste geht mit 60 Batterien sogar noch. Danach wird es aber ein bisschen teurer. Dann haben wir hier noch einen. Und zwar ist es die Verringerung der Ausführung des Skills. Also die Abklingzeit wird verringert. Es geht auch nochmal bis zu Stufe 3. Das heißt, die Skill wird einfach häufiger ausgeführt. Der Affe greift häufiger an. Das gleiche gibt es auch nochmal hier oben. Da habe ich jetzt schon auf Stufe 1. Schüchtert feindliche Ungeheuer ein und reduziert den Schaden, der Artilleriebeschuss ist. Also da geht es nicht um das Ungeheuer, dass der direkt Schaden nimmt, sondern dass der weniger Schaden macht. Was ja auch gut ist, wenn der Affe nicht so viel wegknallt. So und jetzt gucken wir uns mal einen Kampfbericht an, wo das deutlich wird. Dieser Bericht ist relativ ausgeglichen. Beide unserer stärksten Teams. Er hatte sogar Nikola, schon ein bisschen höher. Heldenausrüstung ist gleich. Truppenanzahl ist relativ ähnlich. Nur mein Affe hier mit minus 13% war schwächer. Gut, das Level 95 zu 109. Aber wenn wir uns die Hauptskills mal angucken. 2020, 10-10, 18-17 war meine Rakete sogar ein bisschen besser. Wir sehen leider nicht die Unterskills, aber daran wird es liegen. Das sehen wir gleich im Replay. Ich gehe nochmal kurz runter. Im Endeffekt habe ich dann wegen den Stats doch gewonnen, obwohl er sogar die 12 Truppen hier Infanterie schon hatte und Plasma 10. Ich nur Plasma 9. Wenn wir uns hier nochmal reingucken, meine Stats waren im Endeffekt dann ausschlaggebend. Aber mein Affe ist eben früher gestorben. Und warum das so ist, das gucken wir uns jetzt hier in dem Replay nochmal an. Das Kampfsystem basiert ja auf Runden. Und alle x Runden sehen wir hier oben auch in der Angabe, wird eine Fähigkeit ausgeführt. Hier seht ihr gerade Nikola mit dem Namen, was gerade für eine Fähigkeit gestartet wurde. Und der Affe ist das gleiche. Jetzt startet die destruktive Rakete. Ihr seht, die Raketen sind gerade geflogen. Jetzt aber das Problem. Sein Affe hat noch 91% Leben. Meiner nur noch 65. Hm, naja, warum? Weil haben wir uns ja gerade angeguckt bei der Skillbeschreibung. Und jetzt war das Besondere. Ihr habt es gesehen. Sein Affe hat in einer Runde früher geschossen als meiner, weil die Abklingzeit auch kürzer war. Weil das der andere Skill war, den wir uns angeguckt haben. Und jetzt stirbt gleich mein Affe. Und seiner ist noch weiter da. Im Endeffekt reicht es nicht aus, um mich zu besiegen. Aber ihr seht, er kann halt auch solange er noch da ist, weiterhin die Fähigkeiten ausführen, die er hat. Und gerade wenn sich das halt in Rallys multipliziert, wenn ihr halt viele Affen haben, die dann auch deutlich länger überleben. Ihr seht es hier, seine Fähigkeiten haben mehr Schaden gemacht. Ich zeige euch jetzt nur einen zweiten Bericht. Das war eine Rally, die ich gestartet habe. Aber es wurde nicht mein Affe genommen, sondern der von Daddy D, weil er einen höheren Affen hatte. Und bei der Rally ist es ja so, dass die stärksten Affen immer gegeneinander kämpfen. Das kann man sich ja auch angucken. Meiner war der zweite und danach kam auch gar keiner mehr. Aber trotzdem sind unsere Affen, beziehungsweise jetzt seiner, weil wenn ihr den Replay anguckt, wird immer nur der gezeigt, der hier auch abgebildet ist. Dann gucken wir uns mal an, dass auch seine Skillung deutlich schlechter ist als die vom Gegner, obwohl die sehr ähnlich ausgestattet waren. Runde 1 für die destruktiven Raketen ist glaube ich immer Runde 10 oder 11. Genau, jetzt geht es los. Und jetzt können wir uns schon mal den Schaden angucken. Seiner hat noch 90% Leben und hier der von uns nur noch 30. Und jetzt ist gleich die zweite Runde, wo der Gegner wieder früher feuert. So, ihr seht es jetzt. Das heißt, er hat die Abklingzeit reduziert. Unser Affe ist tot und damit kann er jetzt hier keinen Schaden mehr machen. Habt ihr jetzt glaube ich verstanden, was das Prinzip ist, guckt euch bei euren Berichten uns einfach mal ein bisschen genauer an. Guckt, wann werden die Raketen losgefeuert und wie viel verlieren eure Affen dabei. Das Ganze hat eben mit diesen Skills hier hinten zu tun und das ist auch meine Schlussfolgerung. Wenn das nächste Mal ein Event ist, wo es um Biobatterien benutzen geht und ich natürlich nur fleißig welche sammeln, werde ich die erstmal in dieses Skills hier hinten reinhauen, damit der Affe länger überlebt. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr eure Ungeheuer Skillung gemacht habt. Ob ihr es so wie ich gemacht habt, erst mit den kleinen oder ob ihr es von Anfang an gecheckt habt. Ne, hier hinten, die sind deutlich wichtiger. Würde mich mal interessieren. Ja, das war es auch zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen da lassen. Das pusht mein Video im YouTube Algorithmus nach oben. Und dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.